Zivilcourage besteht ja nicht darin, wie bei jeder Courage, dass man irgendwie irrational handelt. Stell dir vor, du siehst bei der U-Bahn zwei Kinder, die streiten. Gehst du da dazwischen? Ja, da werde ich natürlich schon dafür sorgen, dass zum Beispiel niemandem was passiert, also dass kein Kind aufs Gleis geschubst wird und so weiter. Und wenn das jetzt aber zwei Jugendliche sind, gehst du dann auch noch dazwischen? Ja, da ändert sich die Lage natürlich sofort. Erstens könnten die auch mal ein Messer dabei haben, das hängt also ganz von der Situation ab. Ich glaube, relativ schnell muss man dann sehen, ob man selber sich gefährdet, indem man in die Situation sich einschaltet. Bei den Jugendlichen muss man schon genauer hinschauen. Das heißt, die Zivilcourage ändert bei dir da auch, oder? Dann buckst du dann weg. Ja, weggucken ist etwas anderes. Ich glaube, Zivilcourage besteht ja nicht darin, wie bei jeder Courage, dass man irgendwie irrational handelt. Also wenn ich irgendwo einen Terroranschlag sehe, dann stürme ich ja nicht da rein und versuche irgendwie eine Schlägerei mit den Angreifern anzufangen. Sondern dann muss man dafür sorgen, dass diejenigen, die die Situation lösen können, eingeschaltet werden, indem man zum Beispiel die Polizei ruft. Okay, bei den Jugendlichen kann man das ja noch verstehen. Aber stell dir vor, das sind jetzt fünf Typen und eine Frau. Was machst du dann? Dann muss man natürlich sehen, dass man irgendetwas tut, damit die Situation besser wird und man muss diese Frau schützen. Es wäre aber unter Umständen irrational, wenn man sich jetzt da reinbegibt, weil dann noch mehr Menschen zu Schaden kommen, man selber auch noch. Und vielleicht hat man der Frau gerade dadurch nicht geholfen. Das heißt, man muss dann sehen, dass man Hilfe bekommt, indem man entweder andere Personen, die in der Nähe sind, mit auffordert einzugreifen oder möglichst schnell die Polizei zu alarmieren. Das heißt, man hat schon eine Pflicht, nicht einfach nur wegzuschauen, aber wie man diese Pflicht ausübt, hängt von der Situation ab, mit wem man es zu tun hat und wie gefährlich die Angreifer sind. Heißt das jetzt, dass die Zivilcourage immer an die Höhe der Gefahr gebunden ist? Auf jeden Fall. Also genauer. Zivilcourage gilt immer. Aber je nachdem, wie die Gefahr ist für mich selber, muss ich sie anders ausüben. Das, was klarerweise ausgeschlossen ist, ist wegschauen, in die U-Bahn steigen, nach Hause fahren und hoffen, dass es niemand gesehen hat. Deswegen sind wir ja zur Hilfe verpflichtet, auch juristisch. Weil Zivilcourage ein Gebot ist. Aber wie man sie ausübt, ist eine andere Frage. Niemand kann von mir verlangen, weder das Recht noch die Moral, dass ich mein eigenes Leben opfere, um das Leben einer fremden Person zu retten. Ich habe ja auch ein Recht auf Selbstschutz. Zivilcourage ist nicht unbedingt. Von uns darf niemals verlangt werden, dass wir Helden sind, sonst leben wir in einem schlechten Staat. Nur ein schlechter Staat hat Helden nötig. Untertitelung des Zivilcotte Untertitelung des ZDF, 2020